Die Bullen kehren zurück, merkt der ober neues Terrain, plus Bitcoin Kurs erhält erneut Rückenwind. Zunächst einmal der Risikohinweis an dieser Stelle und da haben wir auch schon in unserem Überblick Top News mit den Kurstrends und Insights, gefolgt von Swipe Stocks Hall of Fame, dem besten und besten Trader in Swipe Stocks, dann die Märkte mit den Indizes Forex Rohstoffen, unsere Top Werte der Woche, gefolgt von den wichtigsten Terminen der kommenden Tage und den Folge uns Part. Zunächst einmal die Top News. Hol dir deinen eigenen Börsenroboter. Cybo, Geld anlegen war noch nie so einfach. Klicke einfach auf Cybo links in der Swipe Stocks App und da kannst du direkt dein Cybo anlegen und du siehst hier auch rot eingekreist, gleich rechts, wie der Cybo läuft. Hier du siehst direkt, wie er Gewinne erwirtschaftet für dich, ganz voll automatisch. Siehst genau, was er macht, arbeitet 24 Stunden am Tag für dich und du siehst auch hier unser Backtest in dem Ergebnis mit einem herausragenden Plus von fast 13% auf 6 Monats Sicht. Und was ist Cybo? Cybo ist dein eigener Börsenroboter, ist die neue und vollautomatische Form der Geldanlage, legt nach deinen Vorstellungen Geld an der Börse für dich an und managt dein Konto 24 Stunden am Tag. Und hat bis zu 12,9% Rendite auf 6 Monats Sicht erzielt. Erstelle jetzt deinen eigenen Cybo unter swipestocks.com.de. Da sind wir schon bei den Kurstrends, der Jones jetzt plus 1, plus 1 und plus 7. Genauso wie der DAX verhält sich hier relativ gut auf lange Sicht, schlägt sich wacker. Fuzzi dagegen auf längere Sicht nicht so gut, nur plus 1. Und beim EBEX, da ist eher ein negativer Trend, aktuell unverändert, aber längerfristig dann schon bis zu minus 4. Bei den Forex-Titeln, US-Dollar, komplett unverändert. Und wir haben dann noch den US-Dollar, japanischer Yen, minus 1, minus 1 und plus 2. Und Cable schlägt sich hier noch am besten, denn auf langfristige Sicht haben wir hier ein plus 3 stehen. Dann die Rohstoffe, Gold unverändert, aber trotzdem auf lange Sicht ist Gold natürlich fantastisch gelaufen. Muss einfach noch über die 3 Monate hinausgehen. Dann noch das Crude Oil, plus 4, plus 12 und 21. Das ist ein unglaublicher Return hier. Und beim Bitcoin, ja gut, das schlägt natürlich alles. Plus 14, 40 und 103. Der beste Markt auf 1 Wochen- und 1 Monate- und 3 Monate-Sicht ist natürlich Bitcoin, gefolgt von dem Crude Oil, dem Rohöl. Hier noch ein paar Insights. Wir haben den DAX Deutsche Bank rechnet mit einem Kursziel von 14.000 Punkten für 2018. Beim S&P, da strebt der Index jetzt die 2.600-Punkte-Marke vor dem morgigen Feiertag an, Thanksgiving. Und am Ölmarkt, da haben wir kräftige Kurszuwächse gesehen seit Monaten. Der Kurs ist jetzt auf einem 2-Jahres-Hoch. OPEC trifft sich jetzt am 30. November zur Beratung. Sehr seit Anfang, Jahresanfang geltend in Fördermengenbegrenzung. Saudi-Arabien bekräftigt noch einmal seine Produktionsbegrenzung und spricht auch gar nochmal mit Russland darüber. Gold, da der Preis des Edelmetalls legt seit Januar um 10% zu. Fachleute sind sich allerdings um uns ein, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Hier noch ein paar Unternehmensdaten. Salesforce hat den Profit ins Positive gedreht im Q3 auf 51, vorwärts minus 37. Und letzten ist aber dann doch der Ausblick, der hat ein bisschen enttäuscht für das letzte Quartal Q4. Man rechnet nur mit einem Plus von 22% beim Erlös. Wohingegen der Salesforce-Mitbewerber S&P 35% erwartet in Q4. Also dann doch wohl die bessere Wahl hier für Anleger. AT&T, Trump äußert Abneigung gegen Time Warner Übernahme. Und Jelen veröffentlicht heute um 19 Uhr ihr Sitzungsprotokoll. Infos unter federalreserve.gov slash monetary policy slash fomckalenders.htm. Swipe Stocks Hall of Fame. Hier die Hall of Fame. Wir sind in der besten Liste im Web-Trader von Swipe Stocks. Und wir gehen erstmal hier auf die Adjustments. Wählen höchster Gewinn und Verlust. Dann heutige Ansicht. Da haben wir auf dem ersten Platz den folgenden Trader. Juan Suaves, 4.000 und knapp 4.500 Dollar Profit auf Tagessicht. Dann Dama P77, 2.500, gefolgt von PC Sichos, 1.358 und 105 Autokopierer. Das ist verdammt gut. Auf Wochenbasis der beste Trader, was Gewinne anbelangt. Desi, 10.826, 25 Autokopierer. PC Sichos, 8.681, den hatten wir eben schon. Rooms for Music, dann 8.381 und 16 Autokopierer. Auf Monatsbasis in der Hall of Fame. Das komplette Video nur auf Swipe Stocks. Swipe Stocks, kopiere die besten Trader. Einfach direkt unter Swipe Stocks.com einwählen in den Web-Trader oder die App herunterladen für iPhone oder Android. Und wenn man noch kein Konto hat, einfach innerhalb von 5 Minuten unter Swipe Stocks.com ein Live-Konto eröffnen. Und dann kann man direkt unter Swipe Stocks.tv im Hauptmenü hier links alle Videos sich angucken. Inklusive des neuesten Videos. Und das Ganze inklusive der Inside-Einblicke, Analyse der sieben Hauptmärkte, Top-Werte der Woche, wichtigen Terminen und bisherigen Videos.